Und glaub mir, Manu, du wirst so gescreetbankt und du auch, Chris, dass mich nie mehr feierlich ist. Und weh, wir kommen jetzt in ein Team, Manu. Ich glaub, das hat die Stabilität. So eine Scheiße, echt. Ach, das ist doch positiv. Du bist gegen mich immer noch. Ich weiß, dass Paddy direkt flanken wird und da war er. Du kannst mich mal hier denken. Hör doch auf, Mann. Wer weiß denn das? Ich bin nur auf jemanden ausmessen, nicht auf Chris. Au, hi. Du bist echt ein Arsch, Scheiße. War schon voll erwischt. Ich hab Dave. Hab Sniper. Hey, du bist so ein Arsch, echt. Alter, ich und Manu haben genug zu filmen mit den beiden Snipern. So eine Scheiße! Immer Manu, Mann! Halt auch mal was! Halt auch mal was! Halt auch mal was! Halt auch mal was! Fick doch mal! So wieder, Mann! Immer dasselbe! Nice, Dave! Komm, fick dich doch! Ich hab so keinen Bock mehr, echt so eine Scheiße, Mann! Die Waffe ist so scheiße, Mann! Nie wieder diese Scheiß-Tricks-Waffe, Mann! Slow life, Mann! Hast du ihn? Fick! Fick! Jetzt hau doch ab, Mann, Mann! Was willst du von mir, Mann? Oh! Oh! Der macht mich hier voll kalt die ganze Zeit! Nice! Manu, warte nur, der Kühl kommt schon noch! Mit der Waffe hab ich bessere Chancen, nicht zu kühlen! Pass auf! Nice, Manu! Der hüpft die ganze Zeit hin und her! Wie ich? Ach, du wachstest! Das ist wieder so lächerlich! Nein! Nein! Verarschend! Nice, Manu, du bist der Besteste! Ich sollte ohne Scope wechseln! Das ist echt so! Das stimmt nicht! Du bist doch nicht! Was ist das? Was ist das? Schon wieder, Manu hat mich! Was ist das? Manu, bleib doch... Hey, konnte ich schon schlimm genug werden? Nein! Jetzt kommt Manu auch noch! Ey, Manu! Du hast, glaub ich, wirklich deine neue Main-Waffe gefunden! Nice, Man! Wo bist du, Manu? Wo ist deine Hilfe, Manu? Ich bin die ganze Zeit auf dem Turm! Wo bist du? So, ich verreck die ganze Zeit! Ich bin wegen Max oder wegen Manu, Manu! Ich verreck nur noch!